Familie, Freiheit, Vertrauen, Individualität, Akzeptanz. Das sind meine fünf Werte, nach denen ich lebe, nach denen ich meine Kinder erziehe und nach denen auch mein Mama-Coaching abläuft. Mir ist einfach wichtig, dass ihr das wisst, dass ihr wisst, welche Werte ich vertrete, welche Werte mir auch im Coaching sehr, sehr wichtig sind. Vertrauen, Akzeptanz, dass die Familie ganz weit oben steht, auch die Freiheit natürlich. Ich möchte, dass ihr mich als Person kennt, weil das ist unglaublich wichtig, weil ihr einem Coach sehr viel Vertrauen schenkt, weil ihr ihn sehr tief in eure Seele, in euer Leben blicken lasst und das muss auf Vertrauen basieren. Ich möchte bei dir einiges bewirken. Ich möchte, dass du ein glücklicheres Leben hast, dass du die Dinge wieder schätzen lernst, dass du dankbar bist, dass dein Leben bedürfnisorientierter wird, glücklicher wird, einfach leichter wird, dass du besser organisiert bist, dass du dir bewusst bist, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und dass es deiner Familie nur gut gehen kann, wenn es auch dir gut geht und dass du dich selbst trotz deiner Kinder, die du über alles liebst, an erste Stelle setzt und immer darauf achtest, dass es dir gut geht, dass auch deine Bedürfnisse berücksichtigt werden. Und was wird für dich nachher anders sein als vorher? Du wirst einfach einen Perspektivwechsel erleben. Ich werde dich dazu bringen, dass du die Dinge anders betrachtest, dass du dich selbst anders betrachtest, dass du das Leben anders betrachtest, dass du dankbarer bist für die Kleinigkeiten, dass du das Glück, was du hast, wieder schätzen kannst und dass dein Leben glücklicher, einfacher, entspannter und ruhiger ist.